Ich bin nur Triumphmann. Erstmal Erb- und Drehmomentschlüssel. Achso ja! Er hat einen. Er ist ein Hechtgeber. Er ernt ein Schicksal. Der Drehmoment. Er hat sich nicht so geschätzt. Er hat sich nicht so geschätzt. Die sind hier. Die sind hier. Die haben die Schicksal. Die sind hier. Die sind hier. So war ich jetzt hier. Die sind hier. Ja. Wie groß hast du denn vorne?